Und das ist der Drehort, ein genialer Bauernhof in Oberbiberg, denkmalgeschützt. Spekulanten denken gar nicht erst dran. Und diese Wiese hier gehört dazu. So was muss natürlich Wiese bleiben, weil sonst der ganze Sinn von dem Hof verloren geht, wenn man nicht aus seinem Fenster ins Grüne schaut, sondern auf irgend so ein beschissenes Neubaugebiet mit lauter Deppen als Nachbarn. Ne, 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 das muss bleiben. Das ist der wichtigste Job am Set, den du hast. Absolut. Und da kommt auch schon mein Kaffee. Also das ist hier das Bild. Das ist das Bild in die andere Richtung natürlich, genau. Das ist rund um 360 Grad Bild. Von da, von der Tischelsplatte, alles rund um. Das macht für die nicht nach. Das ist das Bild. Das war so. Das war so. So läuft! Und bitte! Halt! 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 Gerade haben alle gesagt, unter dem Drehen wird nicht fotografiert. Dann werden wir doch alle fotografieren. So läuft! Halt! 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 Marco! So läuft's! Prost bitte! In unseren Dach, in jedes Gras, in jede Blume, in die Wäsche, in uns! Und das ist erst der Anfang! Prakash ist nämlich aus einem ganz bestimmten Grund hier. Er hat versprochen, uns mit der Bruderhalle zu machen. Er wird die Blaue arbeiten. Dann geht es endlich voran! Ja, genau vier Wochen! Und dann kommt Femme Ormane. Und dann kommt Femme Ormane. Ja! 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 Und wir gehen einen Schritt noch zurück. Wir müssen da hinten. Ja, genau! Hier! Hierher, hier. Also es gibt natürlich wunderbare Dokumentationen über das Thema auch, eine in Margarethenried, da hat es eine Kommune gegeben, so ein Therapiezentrum in der Hallertau drinnen und da gibt es eine tolle Dokumentation aus den 80er Jahren, es hat verschiedene Dokumentationen, das war eigentlich das Schönste für mich, weil du hast, du kriegst viel mehr Gespür für die Leute, wenn du die auch sehen kannst, wenn du im Hintergrund einen rumhupfen siehst und kapierst das auch nicht, was dynamische Mediation angeht, wenn du das liest und dann in einem anderen Buch nochmal liest, da kannst du noch so viel lesen, wenn du es einmal fünf Minuten siehst, kapierst das. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass ja uns einer nochmal, wir haben ja schon mit den Schauspielern so eine dynamische Mediation gemacht und das ist dann klasse, wenn du das einmal miterlebt hast. Wie kann man sich das vorstellen? Du, das ist körperlich, also das ist eigentlich interessant, weil es sehr körperlich ist, also weil du rumhupst und du musst dich halt trauen und wenn du es einmal verlierst und in einer Gemeinschaft verlierst du sehr schnell den Charme, dass du irgendwie blöd ausschaukst, weil jeder blöd ausschaut und dann wird das eigentlich spaßig und dann kommt auch plötzlich, dann bist du aus dem Atem, dann kommt so eine Ruhe im Moment und tatsächlich kapierst du sofort, was du dem Ganzen abgewinnen kannst oder warum das einen Reiz hat. Also solche Sachen, dynamische Mediation. Das ist ja das Interessante oder das, was ja in dem Film durchaus auch rauskommt, dass, gut, da kommt er extrem daher nach Bayern. Du hast ganz klar diese Unterschiede, ganz deutlich und merkst aber heute, 30 Jahre später, was das für einen Einfluss auf uns gehabt hat. Eben wird es ja schon öfters, das werden andere jetzt auch schon gesagt haben, eben mit Mediationen, Yoga, Kombucha, Trinks und viel mehr, glaube ich. Mit einfach, dass man Freikörperkultur oder einfach, oder dass man, sowas schleicht sich dann ein. Da wird zuerst das große Widerstand, dann hebt es wieder ab und dabei hat sich im Hintertürchen doch eben was eingeschlechtert, sag ich mal. Sowieso. Also lustig wäre sie, du könntest dich über beide Seiten lustig machen. Du kannst eine Partei ergreifen für die Sanjassin und gegen das konservative bayerische Getue von den 80er Jahren könntest du was erzählen. Oder du kannst aus der Sicht der Bayern kommen diese komischen, skurrilen Hainis und meinen mit ihrer Religion und mit dem Schmarrn kommen sie weiter. Und meine Herangehensweise ist natürlich die, dass ich, wo ich das Buch gelesen habe, ich habe mich mit Sanjassin nicht ausgekennt, ich habe mich mit 80er Jahren Bayern wenig, da war ich sechs oder sieben, nicht ausgekennt, sondern bei mir war es klar, wo ich es gelesen habe, das Buch, das waren die zwei Seelen. Die eine, die ich mir auch mag, ein bisschen freier zu leben, ein bisschen was anderes auszuprobieren, wo du denkst, hey, sei nicht so konservativ, sei nicht immer so in deinen Regeln drin, trau dir mehr. Und auf der anderen Seite aber halt dann doch das, der, was ich nach den Regeln sehnt, der, wo Regeln braucht und wo ich immer wieder merke, was der Inhalt des Films ist, was die Lilly entdecken muss, ist, was ist mein richtiger Weg, was für Regeln dann gut, was für Regeln dann nicht gut und das ist bei der Lilly so in dem Film. Und ich glaube, das ist aber das, was der Film vermitteln soll, dass man sich nicht immer sofort über andere total lustig macht, sondern warum hat das so einen Reiz und was ist das Gute daraus. Und das bin ich mir sicher, dass es in Zukunft wird immer wieder, gibt es die Bewegung, die Bewegung und Bewegungen entstehen immer darum, weil das andere noch nicht perfekt ist und so könnte der Weg laufen irgendwo. Kannst du das auch aus deiner eigenen Kindheit nachvollziehen? Gab es da Ähnliches? Ähnliches in dem Sinne natürlich, dass ich in einer Ortschaft, dorfmäßig aufgewachsen bin und zum Beispiel das Stadtleben auch erst begreifen haben müssen, viel später. Und wo ich mit Sicherheit als junger Bursch weiß, dass von dem oder von dem Vorbilder, das geht es auch hier natürlich auch wieder, erfahren hast, was gut ist, tust du, weil du das andere noch nicht erfahren hast. Natürlich die Argumentationslinie aus deiner Gruppe vertreten, aber du musst erst die Erfahrung machen und dann wechselt das natürlich. Und von dem her hätte ich manches über Stadtleben früher anders gesagt, wenn ich schon Stadtleben erfahren hätte. Und jetzt schau ich. Okay, gut. Da kommt doch noch mal, oder? Daumen drücken, Anni. Droh klein, miteinander, da ist draußen kein Auto fährt. Und bitte Ruhe, wir drehen! Und bitte! Und bitte! Direkt in unseren Garten verströmt sich in jedem Gras, in jeder Blume, in der Wettwäsche, in uns! Aber im Monat! Okay, dann schneide ich im Monat hin. Gut, danke! Danke auch! Danke!